Musik Warum ist die Gülle eigentlich Weiß? So was machst du? Das willst du nicht, ich hab die Gülle verstreut da Das ist keine Gülle, das ist Dünger Das ist was? Das ist Dünger, ja Dünger, ja Aha, aha So, wer, wer, welches Feld wird denn gerade begrübert? Feld 38 38, oh das ist ein Zirkus Und das Feld 24 wird gesät oder wie? Das wird gesät und gedüngt von mir und von Andreas Dann kann der Conny direkt danach 38 auch sehen Ja, mach mal gleich Ja, Stress machen, damit du hier auch konstruktiv was machst Ja, ich mach auch Evos, ich bin der fleißigste Mensch 29 musst du gleich erstmal weiter abernten Komm, Conny, Pflanze deinen Saal ist Ich muss ja erstmal mit dem Scheiß langsamen Ding hinkommen Jetzt ist die Frage erstmal, Phil, sollten wir das dann direkt verkaufen oder denn? Nein, einlagern, einlagern Einlagern bis eine Nachfrage kommt Okay Bis eine Nachfrage kommt Fuck, fuck Deshalb sind die Missionen wichtig, weil die geben uns jetzt am Anfang halt, äh, das meiste Andreas, wenn du wüsst, kannst du das Rechtliche für Dacke machen Ach, ich kann, muss ich auf dich eigentlich warten oder kann ich einfach drauf los spritzen? Ne, ich wollte dich nur weniger quälen Ach so Super Dann kann ich einfach losspritzen St Ja, fuck Ah fuck Dann mach ich auch mal was produktives Ach, komm, das mach ich gleich weiter, du kannst gleich was einladern gehen Nein, ich muss ja auch um was vor das Ding abgeben Leer. Falls der Kunstdünger oder der Flüssigdünger aus ist, musst du irgendwie nachscheißen. Leute, ich spüle jetzt gleich mal 5600 Euro in die Katze. Ja. Aber wir kriegen noch viel Bonuspunkte. Oh, Transportmission erfüllt. Plus 615 Euro Zeitbonus. Ich mach hier the money. Money voll hier. Wann sehe ich eigentlich, ob ich das flächendeckend gemacht habe? All about the boys. Das ist dann Schwarz. Das ist der Schwarz. Ah, okay, alles klar. Ah, ich verstehe. Ah, ja, okay, cool. Ich fahre dann schon mal direkt zur nächsten Tafel, ne? Ja. Da hab ich ja eine ganz schön große Streuung hier, sehe ich gerade. Ja, es gibt durchaus... Es gibt durchaus solche Förder, wo es dann... Mit dem großen, ich glaube, das ist 18 Meter breit. Oh, oh, genau, gerade Minos ohne Ende. Zwei Mal fahren kannst. Was ist denn das auch zum Beispiel? Was ist denn das? Was, ne, den, 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 den er hat, der ist schon, äh... Na, ne, den Mann, den Mann, den Christen, das gebe ich auch zum Beispiel. Das ist das große Vorzeuge. Den gibt's, den gibt's, den gibt's, den gibt's im 15er nicht mehr. Nein! Nein! Fuck, fuck, fuck. Uh! Wie macht man eigentlich die Warnleuchte an? Nein, ich hab aus Versehen was gekauft. Nein! Stopp-Glick. Nein! Ich kauf auch immer aus Versehen irgendwas. Alter, war mal stopp-Glick. Was hast du denn gekauft? Was für 5000? Licht an. Es wäre nicht so stark. Manchmal kannst du sogar blinken mit, äh, N, mit, mit 1 auf so'n Block und 3 auf so'n Block. Ähm, Phil, hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel die Forstwirtschaft bringt? Toll. Äh, relativ gut, was, soweit ich weiß, aber, also, wir sollten jetzt erstmal mal sparen, dass wir jetzt für jeden was haben, dann, wenn wir alles haben... Andreas, du bist fertig. Du bist dann groß. Und in die Forstwirtschaft gehen, würde ich sagen, kauf wir uns halt ne Kettensäge für Tausung und, äh, so'n Rückelwagen. Der kostet, äh, 54.000. Und dann gehen wir Bäume abschleppen. Lärtsstation, bitte melden. Lärtsstelle, Funkstelle. Dann kriegst du, glaub ich, für vier Bäume oder so und 20.000. Wie ist das hier nicht enorm? Sieb. Also, vier Stämme. Einen Baum oder so, keine Ahnung. Okay. Ungültige Antwort erhalten. Äh, keine, keine laufenden Missionen. Keine offene Missionen. Ja, du musst jetzt immer von dem Schild weggehen und wieder rangehen. Und warten, bis eine neue kommt. Und rangehen. Darf ich eigentlich noch... Darf ich noch irgendwas einscheißen oder streuen, meine ich? Nee, du bist fertig mit dem Fürth. Das ist ja echt schissen. Und ein anderes muss ich nicht machen, oder? Oh, das ist kein Fahrzeug. Doch, doch, doch. 38. 38. 38 kann gesät werden und gedüngt werden. Juhu, dann auf zu 38, wusste ich das. Sie ist gar nicht auf der Karte. Oh, das ist ein Stück weiter. Mit neun kannst du die Karte größer machen. Ah ja, stimmt. Neun. Du fährst den Berg auf und dann rechts weg. Erik, blätter mal auf dem Feld stehen. Warte. Ja, ich fahr schon größer Mann. Du kannst auch einfach unter dem Arm herfahren. Linie 0,25 A. Du kennst meine Kunst für ETS 2, ne? Ich bin zu viel mit der Linie. Ja, da weißt du, was die Kunst ist, bei dir hinterher zu kommen. So, einlagern, ne? Einlagern, genau. Und ich begebe mich, welches Feld ist denn als nächstes erntereif? Fahrreif. Das Flachland deiner Mutter. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt hab ich mich noch festgehakt mit der Gabel. Jetzt hab ich grad die Maus von meinem zweiten Rechner gegriffen. Oh, diese Probleme. Echt, Mann, ja. Ich hab einen Serverrechner, das ist richtig chillig. Dann läuft mein Hauptrechner nicht, wenn man hochlädt. 38 oder 39 Stück? 38. 38. Blinke sogar, meine Damen und Herren. Ja, das hab ich auch schon bewiesen, das ist klar. Dafür fahr ich aber in den Restscheiße, weil der Server einen scheiß Ping hat. Ich? So, ich soll 100 irgendwas Euro dafür investieren. Ja, wir müssen den Server vielleicht nochmal aufpimpen. Aber da haben wir jetzt einen Community-Server. Jetzt gerade Helder, jetzt bin ich wieder auf meinen 19 Millisekunden. Jetzt geht er wieder auf hoch. Ja, du bist bei 20 jetzt im Moment. Jetzt geht's grad. Hey, Mission Boy. Ich hab nur 40. Ja. Wie sieht's aus mit Missions? Haben wir nur noch wieder welche? Ich hab mich grad entschlossen, zum nächsten Schild zu fahren. Nee, du kannst einfach immer beim Gleichen bleiben. Ja, ich hab aber sonst nichts zu tun. Nur das Let's Play. Bei mir laufen Aufnahme, mein Freund. Das Schild. Ja? Bleib mal ganz ruhig hier. Chill mal in der Basis. Was mich ja mal interessiert, ist eigentlich, wie viel Zuschauer hat eigentlich grad Simon vorhin? Wir haben gerade elf. Grüße an die elf Zuschauer. Oh Gott, wir sind ja live. Lampenfieber. Grüße. Grüße an die neuen Zuschauer, die was jetzt so übrig sind. Das Spiel war super verkauelt. Ich überleg' gerade, warum wir den Server vom LWS einfach nicht bei Corny laufen lassen. Der Server läuft doch gar nicht bei mir. Der läuft doch bei Nitrado. Ja, aber Corny's Internet ist besser als das von Nitrado. Ja, das ist leider. Boah. Nix gegen Nitrado, aber ist so. Äh, 250.000er Leitung oder so. Hast du 250.000er? Ja. Irgendwie 25 Megabyte Upload oder so. Mhm. So schaut's aus. Österreich. Mein lieber guter Eric, hast du was dagegen? Österreich. Genau, allerbesser, die man nach Marken anführen kann. Gegen was soll ich was dagegen haben, Christian? Das ist Feld 29 erst mal Probe auf. Nee, kannst du gerne machen, ich muss mal Probe auf. Okay. Ey, Mayfield ist demnächst auf der Box schon was. Ey, es wollten doch alle irgendwie etwas sagen. Ey. Etwas. Wollten alle was bald sagen. Ich hab Christian fast nicht. Christian, bist du noch da? Eine Sekunde, eine Sekunde. Oh ja, ich bin noch da. Ich dachte, es kostet etwas, wenn man den Hochdruckreiniger anmacht. Ja, kostet das. Ja, kostet das. Aus den Augen. Eine Gruppe Touristen war von den lokalen Sehenswürdigkeiten so angetan, dass sie ihr Gepäck haben spielen lassen. Bringen sie die Koffer der Urlauber zurück. Was wollen die denn hier sehen? Ein paar Idioten, die den ganzen Zeit scheiße labern. Ja, das sind mir zwei. Die Dorfprostituierte haben es gesagt. Das sind vielleicht die elf Zuschauer, aber man weiß es nicht. Ja. 13. Das sind immer neun. Spielberg, du hast das ja verkrault, wie gesagt. Jetzt hab ich noch mehr verkrault, verdammt. Das sind wieder 200 Zuschauer. Und wieder zehn Abonnenten weniger. Ich lass mich ja schon überraschen, wie das Intro vom Spielberg zu Landwirtschaftssimulator aussehen wird. Das erwähnst du jetzt so, damit ich überhaupt nicht gezwungen bin, ein Intro dazu zu machen. Das ist jetzt gar kein Druck von... Nee, gar kein. Leute, das ist doch so geil. Immer wenn wir was falsch machen, zehn Abonnenten weniger auf jedem Channel. Also ich find, ich mach das grad total super hier. 70 Abonnenten, weniger. Ich bin so ein guter Landwirt gerade. Ey, du hast nur nix ausgelassen. Das machst du echt top. Ja, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leck, 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 leck. Ich bin ja auch der mit der wenigsten Ahnung hier wahrscheinlich. Insofern hab ich ja dann eigentlich die dicksten Kartoffeln. Ich hab hier die dicksten Kartoffeln. Ne, Corny, weißt du doch. Dorfschlammeln. Ich sag jetzt nix mehr. Gibt es eigentlich die? Ey, das muss ich jetzt echt mal gucken. Wo war nochmal der Wasserfall? Der war beim Händler, glaub. Lass mal den Muskel unten im Schrittbereich laufen, dann weißt du, wo der Wasserfall ist. Oh, ich sollte vielleicht einen Grubber auch runter machen. Entschuldigung, ich werd hier wieder leicht anfällig. Beim Händler hinten weiter. Hinten. Also Richtung Leuchtturm links. Oh, kann dieses Ding nicht mehr gerade ausfahren? Ich hab nicht den ganzen noch die Map gespielt. Ne, auf keinen Fall. Oh, ffff, 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 ffff. Weil ich hab noch über die Hälfte Dünger hinten drinne. Ja, du sprichst ja zu, du sprichst ja zu sparsam. Ja. Du sprichst ja zu sparsam. Du sprichst ja zu sparsam. Oh, Mann, was ist denn hier los? Jetzt schmusch ich ja mal meine Sprache auspacken. Oh Gott. Gemein. Schätzlein, sag mal, wat, wat, wat däst du denn eh? Der wutz die ganze Zeit. Wat, wat däst du eh? Wat machst du eh, ne? Schätzlein. Schätzlein. Scheiße, das ist ja ein Flug. Kann ich noch was spritzen eigentlich? Ah, ein schönes Radler. Ne, wir haben das jetzt nur. Müsst aufpassen, Erik ist gleich sturzbesoffen. Du kannst das Feld Nummer 29 nennen. Boah, ich stelle mir gerade so vor, Harald macht sturzbesoffen ein Live-Zoo. Ja, toll. Willkommen zum Live-Zoo. Bei der Community musst du doch sturzbesoffen sein. Ich bin so Harald-Frenkel-Tachien-Nasen-Bären. Frau Corny, woher kannst du denn das so gut? Naja, er hat Erfahrung. Ah, okay. Mit Harald-Frenkel, wenn er besoffen ist? Oh Gott. Entschuldigung, der muss jetzt sein und so drauf. Danke, ich hab Kopfkino. Ich sag nur, ich sag nur für Tix, ne? Das Video mit den meisten Anspielungen auf Harald-Frenkel. Das hat so viele Aufrufe bekommen. Du hast mich gespielt. Doch, ihr Nausenbären. Doch, ihr Nausenbären. Doch, ihr Zipfelklatsche. Wir gehen hier mal was. Zipfelklatsche, Alter. Obwohl ich... Komischerweise, obwohl ich einfach... fast am nächsten dran bin, Ani. Soll ich mal die Koffer ins Wasser schmeißen, denn? Ach, das ist ja schade. Es gibt im Multiplayer nicht die Goldmünzen zum Sammeln. Oh, das ist schade. Ich geh jetzt mal die Koffer ins Wasser werfen, die ich abholen soll, ne? Ja, pass. Die suchen sich das irgendwie zusammen. So, ist irgendwas Ernterei? Wo formen wir den da lang? Da formen wir, äh, ja doch, da, komm mal. Äh, Fragezeichen. Können wir was verkaufen, dass ihr weniger dann brettern, äh, Sehmaschine kriegt? Oder scheiß, wie ist das? Nein. Nein, wir müssen erstmal ein bisschen Geld sammeln. Wachstum, wachstum, witz. Ich bin mit Feld 38 fertig. Die bloßartige Webseite blockiert. Wir kommen zu uns und zu Feld 29. Direkt neben doch die und 20. Jetzt hör auf, Anti-Malwarebytes. Merkt gerade, dass Skype eine bloßartige Webseite ist. Warum komm ich jetzt nach vorne? Warum machst du das jetzt die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Weg, ausschließen. Hier sind Pilze. Ausschließen, du schließt Programme aus. Erik, nicht die Pilze. Obwohl, Erik ist die Pilze. Erik ist unser Vorkoster. Aber die roten mit dem weißen Pünktchen drauf, bitte. Die schmecken nicht mehr. Nee, die, die von alleine leuchten. Ja, das ist so ein Geil. Ja, Tonbild, oder was? Ja, Tonbild. Was ist denn mit der Physik hier los, ey? Das stimmt doch irgendwie nicht. Das ist wie das Bild wie es ist. Gummakorn, wächst schon etwas. Ja, was, ey? Was kann jetzt gedünglich werden? Wo, ich muss gleich noch Unser aufnehmen. Die 29, die muss zuerst Grubot werden, bitte. Oh, fuck. Eine Grubot, was zu Feld 29, bitte. An Kasse 29 wird ein Grubberer benötigt. 29 habe ich schon gedüngt, gerade. Gekrubber, grubber. Was ist denn jetzt los? So, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause, weil ich noch mein Fahrrad unter... Ist jemand mit einem Flug unterwegs? Das ist eine blöde Frage. Interessant, wollte ich mal fragen. Warum düngerst du das Feld 29, obwohl das noch gar nicht gegrubbert ist? Hat mir das gesagt wurde? Kann man ja keine Ahnung davon hat. Ja, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja, es ist mein Lehrling, der darf machen, muss er wie. Ich düng jetzt hier alles, was nicht angewunden ist. Der ist lieber bei mir. Der gibt es ja nicht zu. Ich düng jetzt hier alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Pass mal auf. Eins, zwei, lauft. Ich stehe jetzt einfach mal so ab und vor ein paar Minuten rum. Okay, Spaß. Tschüss. Ist dein Feld schon fertig gesehen? Er meint es fertig, ich habe es jetzt gerade abgeschlossen. Okay. Für 294 ist fertig. Was geht denn hier ab? Wollen wir verrotten an oder ausschalten? An. 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 Oh, Leute, das ist dann realistisch. An. Müsst du ein bisschen realistisch. Drift. Drift. Oh, der Korni, Alter. Korni ist tot. Der macht schon wieder Pirouetten dahinten. Korni, danach bitte auf Feld 38. An. An. Kasse 38. DIN. Feld 38. Einmal bitte zum Seelen. Feld 38, bitte. Dankeschön. Dann seh da einfach mal, äh, bitte Weizen. Weizen. Ja, der ist, mein Ding ist noch nicht leer. Ach, die Scheißkiste liegt jetzt auf dem Sücken. Ja, und? Du kannst das ja wechseln. Echt. Das ist nicht klar, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es wechseln. Was? Ich verstehe kein Österreich. Ich verstehe kein Youth. Meines Seemaschine ist zu 1004, das ist 17 Prozent gefühlt, ja. Ja, da kann ich nicht, das ist gut, 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 das ist gut. Gehen wir mal bitte, Conny. Wir machen nur Raps. Okay, wir brauchen Schluss. Conny hat dir das Sagen. Boah, diese Scheißkiste. Ich bringe diese Kiste, weil ich wirklich... Das wäre immer noch beim gleichen Auftrag. Ja. Jetzt mach mal hinne. Mensch, bitte mal hier Leute, die... Das geht gleich jetzt ein bisschen zu Dorfschlampe, sonst geht hier keiner. Ich putze gerade deinen Traktorspiel, Bär. Echt? Das sehe ich gar nicht. Ich will auch geputzt werden von dir, Erik. Die spritzt mich ab, meinst du? Ja, witten. Von oben bis unten. Wo ist unser Niveau-Limbo eigentlich? Nein, ich spritze ich nicht ab. Die MS-Niveau, wir sinken. Ich bin herzlich willkommen auf dem Board der MS-Niveau. Schnell, nicht hinweis. Ähm, ich verwirr den Conny wieder. Nur wenn ich es vorweg gesagt habe, ob diese Fringos-Asynchronbahn ist. Ja, natürlich. Und dein Truck ist sauber. Ja, geil. Ja, geil. Ich fahr jetzt bestimmt zwei Meter, dann ist er wieder dreckig. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur supergeil. Super sexy. Hey, die Reifen sind ja schwarz. 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 Hast du gerade die Reifen diskriminiert? Schwarz. Die sind maximal pigmentiert, würde ich sagen. Was? Waschmaschinen, neben dem Namen. Jetzt sieh einmal bitte zur Waschung. Zur Waschung. Nein, natürlich nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Ich hab die Kiste wieder. Los, wir nix. Wir wollen uns nur abschlecken. Ich bin so ein dreckiger Sau, ich weiß es nicht. Ich bin so ein dreckiger Sau.